Das geht an die Kirchenfanatiker Ihr sinnloses Ritual, Belästigung in Gestalt Eure Herzen sind voller Gier und Kalt Ihr dient nicht Gott, sondern euer Selbst Ihr dient wahrhaft, wahrhaftig den Geld Verkauft den Menschen eine Illusion Eine Illusion eurer Selbst Ihr führt euch auf, als wärt ihr Jesus selbst Eure sinnlosen Rituale sind veraltet und nicht der Bedeutung wert Doch ihr belästigt die Menschheit damit everyday Ihr seid besessen, seht nur eure Interessen im Mittelpunkt Ich brauche euer alltägliches Gewimmel, nicht Punkt Es ist eine sinnlose Lärmbelästigung, die ihr begeht Doch ihr seht nur euch selbst, sonst nichts Haltet dran seit Jahrhunderten fest Habt ihr dran gedacht, dass es auch Menschen gibt, die es stört Weil nicht jeder das Gewimmel gerne hört Für manche ist es ein lästiges Geräusch Wir drängen euch keine Störgeräusche auf Warum ihr uns? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020